Ich komm weiter hinten. Nicht verraten, lass die wegrennen, lass die wegrennen. Okay, die haben geguckt. Ne, die haben sogar einen aufgenommen, oder? Wir haben dann geguckt und wissen, dass er da oben sitzt. Mit zwei Schuss. Und weg mit dir. Tschüss, David. Jawoll! Schlag drum, schlag drum! Nein! Nein! Scheiße! Äh, bin ich nur für Schuss gehabt. So, wunderschöne Grafik. Die gleich auch umschalten müsste. Auf noch schöner Grafik. Wir sind da. Es kann vorbei. Rechts, weiß nicht. Machen wir einfach unser Ding. Rechts von uns, oder? Hier. Ja. Das haben wir klar, ne? Obwohl wir die Scheiße da rausschmeißen müssen, scheiß Signalfeuer. Let´s go. Let´s go! Mhm, 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 mhm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Uh Ah. Gut gemacht, David. Blutung, hab schon einen Tick verloren Boah, das ist die Scheiß Meine Fresse, ist hier was los, wie da Da ist Gift, Tussi Das ist ganz links rum Ich hab hier langsam Hier nochmal Zombies Ich bin wieder vor diesem roten Hütchen Aber ich sehe nichts Hier Ich bin noch weiter links Hunde, nicht renn hier Irgendwas hinter uns, übers Wasser Ich mach mal den da weg, da Da könnte es ein Problem werden Ich bin noch ein Problem Wo willst du denn da hin? Weit weg, oder? Meins her. Von wo? Von wo? Ich glaube auf den Westen. Scheiße, hier gibt es einfach kein Fenster in die richtige Richtung. Mal Platz. Mal Platz. Ich sehe was? Ja, bei mir. Da sind sie. Ich geh runter. Nicht laufen, nicht laufen. Es kann sein, dass sie zu uns kommen. Ja. Leise. Ich höre Schritte, aber... Mist, der ist hier. Fuck. Mit dem Rücken zu uns sogar. Ja. Wenn ich wüsste, dass der beim Fass ist, wo ich gerade drauf ziele. Okay, die können jetzt hier in die Richtung. Einer ist hier oben. tot. Wo war der? Da oben drauf, oder was? Ja, auf dem Dach. Oder? Ist er tot? Ich hab was gehört. Ich hab auch A gehört. Oh Gott. Der eine muss auch da unten sein. Ungefähr hier. Vielleicht kommt er zurück. Geduld. Geduld. Jungen Padawan. Ja. Bitte ruckelt ein bisschen schon das Spiel. Bitte. Er ist oben auf dem Dach gewesen. Er ist hier. Ich seh'n. Getroffen. Ich seh'n immer. Unten, unten, rechts. Rennt er weg. Hier. Weggerannt. Fuck, hol ihn! Er ist tot. Ja. Alter, das ist ein Drecksding, ey. Aber ich glaube, da ist doch jemand. Ja, ich glaube, da ist auch noch jemand. Warte, warte, geht noch nicht. Ich hab das gut im Blick. Achtung, gleich schwitzt laut. Ich probier das mal. Okay. Muss der bei mir direkt explodieren. Ich hör' auf Holz. Holz kann auf dem Dach sein oder auf der Veranda. Ist der aber noch nix. Kannst du was zum Verbrennen? Ich verbrenne den. Aha. Ich wurde getroffen. Irgendwo von hier, glaube ich. Irgendwo von hier, glaube ich. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Hier. Getroffen. Ich bin gleich geheilt. Tot. Er ist tot. Oh Gott. Siegismund-Trick. Was ist der Siegismund-Trick? In den Laufgeschossen. In den Laufgeschossen. Achso. Ah, es geht weiter. Wo? Ich weiß es nicht. Erstmal getroffen. Ja. Wo? Die kommt. Die kommt. Die kommt. Was ist das? What the fuck is this? Nein, du nicht. das wäre jetzt nicht gewesen. Das ist 3-4 Kills, oder? Keine Ahnung. Ich nehme alles zurück. Doppelpistole, Best. So ist genug Wo ist der? Einer? Der eine war da hinten Der eine war hier links Deine scheiße Waffe Hier Ich behalte ihn noch Trotzdem behaupten Dass wir gar nicht mehr so viel Ruhm machen Den welchen verbrenne ich? Warte mal, kann ich den jetzt so verbrennen? Der ist doch schon verbrannt Nein, nein, oder? Doch, der war schon verbrannt Verbrennt die nicht, oder? Doch, der verbrennt die Das cool ist, wenn er tot ist Er ist, oder? Er ist tot Er ist tot Den verbannen Ich glaube nicht, so wie der schreit Doch, oder? Wo ist er? Siehst du ihn? Nee Moment, da liegt er doch Ah, das Gift hat er noch nachsäglich Okay So, ich bin da voll Du hast jetzt schon zwei getötet Willst du? Nee, eigentlich nicht Du hast gesagt Töte zehn Helden Und heute ist er täglicher Also hast du jetzt in dieser Rolle zwei gemacht? Ja, hast du schon zwei getötet, oder? Ja, mehr getötet Das waren zwei bis drei Teams Hunde, Höllenhunde Ach, Höllenhunde Helden! Mach dir deine scheiß Klappfresser auf Helden, ja, du hast Helden gesagt, nicht ich Beim Riebchen essen, weißt Sehen wir gut dabei Da geht die Starwaschnut Okay, die kommen Ich guck Ich seh nix Über uns Auch nix, gut Dann Was machen wir? Meine Fress Ach, meine Falle Ja, warum bin ich denn dran gelaufen? So, eigentlich können wir die dann machen Warte mal, neun Minuten? Nee, haben wir eh nicht Wir lassen uns auf dem Weg zurück Nach Nordwesten Nordwesten? Äh, äh Monster mitnehmen Ich geh da vor, die bringen's jetzt um Stell dir vor Äh, Glatz mit Hoher Stell dir Also irgendwie Diese Kombi, wo ich jetzt grad hab Fällt mir richtig gut Diese Kombi an Waffen, die ich hab Zweimal die Schallgedämpfte Ey, wo's ist Wo geht's hier raus? Hä? Bei mir hier Ach, steht hier die Scheiße Ist krass, wenn ich noch zwei Petter Orange Das Punkte B wird Du hast überlebt So, da muss ich kurz Sechsjäger getötet Drei Teams Ausgeweibt Brutal, Alter Sechsjäger, Alter Ist schon brutal Das passiert uns eigentlich nicht Das mit zwei White Shirts Das war Geldstern Wie viel Geld man gekriegt hat Handdoller hier Sechsundert siebenvierzig, okay Eins, zwei, drei, vier Hab ich Du hast zwei, Alter Passt doch Erstmal den ersten gucken Ich bin ein Ich produzi Vielen Dank.